Vor allem die digital arbeiten können, die remote und online arbeiten, haben es einfach nicht mehr nötig irgendwo in Deutschland sich quälen zu lassen, wenn sie gleichzeitig im Ausland eine Firma haben können oder sich im Ausland anstellen lassen können und über das Ausland einfach mehr Vorteile genießen als in Deutschland.